Du isst ja gar nichts. Ich bin viel zu aufgeregt. Doch gleich, den Termin mit diesem Mr. Walsh. Der interessiert sich für das Parfüm, was Tanja und ich wieder auflegen wollen. Der Termin ist total wichtig. Ausgerechnet heute. Wieso? Wegen Kims Entführung. Ja. Ja, ich wäre ja auch am liebsten gar nicht zur Arbeit gegangen, aber ich wollte Tanja nicht hängen lassen. Kimme hätte ja auch nichts davon, ne? Du packst das schon. Und dann nicht? Du kannst es vielleicht mit mir üben? Also, du bist Mr. Walsh, ja? Hallo, Mr. Walsh. How do you do? I'm fine, thank you. Und jetzt? Small talk. Morgen. Morgen. Na, geht's dir gut? Alles gut. Und bei euch? Alles wieder in Ordnung? Wenigstens vertragt ihr euch, was passiert? Wir üben englische Konversationen. Was soll ich jetzt sagen? Frage ihn, ob er eine angenehme Fahrt hatte. Wen? Mr. Walsh. How was your trip? I hope you had a good fart. Jetzt hast du ihn gerade gefragt, ob er auch anständig geforzt hat. Ihr verarscht mich. Ich kann echt immer noch nicht glauben, dass Jessica den Wasserschaden selbst verursacht hat. Sie hat es noch nicht mal abgestritten. Dass sie zu sowas fähig ist. Nur um bei uns zu wohnen. Ich hätte ja auch gedacht, dass du sie gleich rausschmeißt. Aber du warst dann noch richtig nett zu ihr. Ich habe gedacht, ich gebe ihr noch eine Chance. Hat sie dich bestochen? Womit denn? Schon drauf wieder. Dann hat sie etwas gegen dich in der Hand. Ach Quatsch. Ich bin manchmal einfach ein super guter Mensch. Hat dir schon mal jemand verraten, dass du ein richtig schlechter Lügner bist? Nein. Dann tu ich es jetzt. Also, raus mit der Sprache. Okay, ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, sie rauszuschmeißen. Weil sie so fertig ist wegen deiner Schwester. Wegen Kim? Ja, es tut mir übrigens total leid. Was hat dir Jessica denn erzählt? Ja, dass sie entführt worden ist. Und sie total fertig ist deswegen? Die Mann arbeiten beide ja zusammen. Und sie hassen sich. Und zwar abgrundtief. Außerdem ist Kim nicht entführt worden. Sie ist abgehauen. Und das weiß Jessica ganz genau. Dieses Biest. Hast du vielleicht mal Zeit? Es gibt ein Problem in der Pension, das müssten wir besprechen. Ja, wenn es sein muss. Es ist wichtig. So, und dann auf unsere Becky. Auf dich. Du wirst ganz groß rauskommen und es allen zeigen. Ich tue mein Bestes. Ihr werdet alle staunen. Meine Familie erst. Die vor allem. Das Love, das Sebastian dir gekauft hat, das will ich mit eigenen Augen sehen. Kannst du ja jetzt so richtig krachen lassen mit dem Bergkohle von Ansgar, dem VIP-Ticket von Trista, Flugkarte von Ludwig. Und dank Tanja kann ich auf jeder Modenschau im ganzen Land und sitze überall in der SDR. Mein Schwer hätte gedacht, dass deine Familie so großzügig sein kann. Die haben die Sachen geradezu aufgedrängt. Tja, wahrscheinlich ist es besser, du bist weg, wenn sie merken, dass du sie alle reingelegt hast. Stimmt, ich muss los. Ich warte mal schnell in die Firma. Sie wird sich nur von Tanja verabschieden. Ja. Das habe ich schon. Mach's gut. Du auch. Und in spätesten zwei Wochen will ich von dir was in den Hochglanzmagazin lesen. Als ob du die lesen würdest. Genau. Guck mal hier. Und falls du wieder, warten du auch noch Lust auf ein Pferderinnen bekommst. Bei Mondsteaks kann ich dir empfehlen. Ich habe gehört, die Hüte dort soll der Hammer sein, wenn du willst. Schicke ich dir ein. Oh, frag es ja. Tschüss. Ja, komm, lass dich doch mal ab. Das ist gut, du. Bärchen. Ach, Mann. Ich vermisse euch jetzt schon alle. Tschüss. So teuer? Du hast das Pensionszimmer gesehen. Sieht aus, als es jetzt eine Woche lang reingeregnet. Trotzdem. Andi musste den Bautrockner besorgen und hatte Auslagen. Er hat schon für lau gearbeitet. Ging das nicht ein bisschen billiger? Wäre ja klar, dass du oft billig stehst. Ich verstehe eh nicht, warum wir das bezahlen sollen. Ich dachte, Jessica hat das verbockt. Weil wir die Eigentümer sind und wir dafür sorgen müssen, dass das Zimmer möglichst bald wieder bewohnbar wird. Ja, wäre echt eine tolle Idee, sie da einziehen zu lassen. Das Zimmer stand leer und Jessica waren teilen. Und der Gast lebt damit. Und der Gast lebt damit. Ja, klar. Du machst es ja einfach. Christian, es hat dich keiner gezwungen, mit Jessica zu schlafen oder mit Teresa oder mit wem du sonst noch umgepoppt hast. Ach, was willst du mir denn eigentlich erzählen, hä? Du hattest auf Mallorca doch auch deinen Spaß, oder wie hieß dieser Typ, mit dem du da hinter die Dünen gegangen bist. Hast du etwa vergessen, nach einem Namen zu fragen? Also erzähl du mir nochmal irgendwas von billig, ja? Du weigerst dich also, die Hälfte der Kosten zu übereinigen. Ich weigere mich überhaupt nicht. Ich sehe es nur einfach nicht ein. Wie auf der Nacht, Jessica ist total pleite. Ist das unser Problem? Wenn wir das Zimmer irgendwann wieder vermieten wollen, schon. Hey. Gut, dass du kommst. Weißt du, wie man das nennt? Rotten? Sachbeschädigung. Ist dir eigentlich klar, was für einen Schaden du damit angerichtet hast? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Nicht das Finanzielle. Hier. 2000 Euro. Kannst dir schon mal überlegen, wie du das abschottern willst. Und dann packst du deine Sachen und verschwindest. Ich will dich nicht mehr sehen. Nicht in der Pension, nicht hier, am besten gar nicht mehr. Komm schon, Jessica, nicht schon wieder die Nummer. Ich wollte doch einfach nur bei euch wohnen. Nicht, weil eure Wohnung so toll ist. Ist sie auch nicht. Sondern... Weil ich euch mag. Und ich dachte, wenn ihr mich erst mal kennenlernt, dann... Vielleicht begebe ich mich dann auch. Ist ja gut. Nichts ist gut. Aber ich lasse mich nicht so einfach rauswerfen. Ich habe auch meinen Stolz. Ich gehe nämlich von allein. Boven vind Los. Annencina. Tout Das heißt, ich möchte mich, wenn ich mich für euch dan jätteTeXcherin dafür鬆ze cash Не gazeke閃,